I have 45 minutes to go shopping Beautiful eyes and such a pretty face And those smiles of yours You're perfectly Thank you very much That's nice, thank you Nee, sieht besser aus als Emma Aber viel besser Dankeschön Das ist sehr lieb von dir Obwohl ich Emma Watson sehr hübsch finde Sieht auch nicht aus wie Emma Trotzdem hübsch Dankeschön Nee, es hat gerade irgendjemand reingeschaut Dass ich aussehe wie Heroine von Harry Potter Was ist denn das? Dankeschön Das habe ich noch gar nicht gesehen Thank you Dankeschön Sehr lieb von dir, dankeschön Alle Videos gibt es jetzt Genau Wie alle Videos Was meinst du mit alle Videos? Hast du meine ganzen Videos geliked? Das ist ja aber freundlich von dir Also nochmal, dankeschön Oma auf Kuka, dankeschön Alles gut Danke Wohnst du jetzt in Deutschland oder Österreich? Ich wohne im Saarland Das ist in Deutschland, ja Ja, bitteschön Dankeschön Ignoriere mich nicht Ja, wenn du hier was reinschreibst Was TikTok nicht gefällt Wird dein Kommentar geblockt Da habe ich nichts mehr zu tun Das ist ganz alleine TikTok Und nur du siehst dann die Kommentare Sonst kann es keiner lesen Und du hast hier nicht bei mir reingeschrieben Also I'm sorry Ich ignoriere dich nicht Vielleicht solltest du deine Wortwahl Beziehungsweise schreibweise ändern Sodass das durchkommt Das ist eine Hand von Ikea Das ist irgendein Parfüm Das ist von meiner Mutter Das hat eine Freundin bei mir vergessen Das ist ein Blümchen Und sonst weiß ich nicht Das ist Booptape Das ist ein Deo Das ist eine Tasche Das ist Sonnencreme Die aber glaube ich nicht mehr so gut ist Soll man Sonnencreme glaube ich eher in zwölf Monaten verbrauchen Sondern die ist älter als zwölf Monate Und dann soll man Sonnencreme Nicht mehr benutzen Weil die nicht mehr so gut ist Und sonst weiß ich nicht Das ist eine Tasse Die siehst du gar nicht mehr richtig Ja, mehr kann ich dir leider nicht zeigen Außer hier oben Also ich glaube das ist alles selbsterklärend Hat sie bestimmt nicht gesehen Habt das auch manchmal Leakt echt an TikTok Ja, ich sehe halt wirklich Eure Kommentare ab und zu nicht Weil TikTok Irgendein Wort da drin nicht mag Deswegen I don't know Danke schön übrigens fürs Folgen Leute Das ist sehr freundlich von euch Sehr, sehr vorzüglich Dankeschön Uiuiui Mein Auge Und meine Nase auch Ich glaube aber Ich bleibe nicht mehr so lang online Weil Ich wollte mir eigentlich noch meine Nägel machen Und ich würde Ja, warum will ich mir eigentlich Die ganze Zeit Outfits rausholen Ich würde mal mein Zimmer ausmisten eigentlich Ich möchte eine Freundin Ich wohne alleine Ja, aber du sollst dir keine Freundin suchen Einfach nur um nicht alleine zu suchen Zu wohnen Du sollst eigentlich gar nicht Deine Freundin suchen Sondern so einfach Alles auf dich zukommen lassen Du hast schöne Augen Kann ich dich heiraten Also danke schön fürs Kompliment Aber ich glaube Heiraten wäre mein Freund Nicht mit einverstanden Wie alt bist du? Ich bin 18 Und das obwohl wir doch immer lieb zu dir sind Ja, die meisten sind immer lieb zu mir Die anderen mute ich halt selbst So Deswegen, also ich bin es nicht Aber auch Bei meinen Kommentaren Und bei meinen Videos Da wird so oft ausgemistet Von TikTok Wo die sich so denken Ja, den Kommentar Den lasse ich jetzt mal nicht da stehen Obwohl ich mir so denke Ja, TikTok Der Kommentar war doch da normal Und dann sind Also dann sind die trotzdem Werden die nicht angezeigt Weil TikTok sich so denkt So, nö Dann muss ich halt approven Dann Die meisten Kommentare Approve ich auch Wenn es halt Kommentare Sind die ich doof finde Lass ich die halt weg So Aber sonst Approve ich eigentlich Jeden Kommentar Nur ich muss dran denken Durch jedes Video zu gehen Das ich hochgeladen habe Und alles zu approven Puh I go to a Wirtshaus There I can get food Oh, ähm I don't know Guten Appetit Have a good meal I don't know What it is in English But I hope everything tastes good Oh Gott Ich glaube ich misste gleich noch mein Zimmer aus Ich hole mal alles Was ich nicht mehr in meinem Zimmer haben will raus Leute, guckt bei mir auf Vinted vorbei Da heiße ich eigentlich Ich glaube ich Sando403 Da könnt ihr Klamotten von mir kaufen Yay Willst du gleich noch mit deinem Hund spielen? Ja, dann Wenn du gehst, gehe ich auch Also ich gehe jetzt Am besten Dann gehe ich jetzt Und dann kannst du mit deinem Hund spielen gehen Und vielleicht Habe ich heute Abend noch mal Bock Vielleicht nicht I don't know Da unten ist irgendwas mit einer Eins Was ist da? Ah nee, ich mag keinen Gast Bei mir im Stream haben Let's have a coffee Let's have a coffee, sis I will go offline I'm sorry I don't have time to get a coffee I'm sorry Auf jeden Fall Auf Wiedersehen, Leute Freut mich, dass ihr da wart Wir sehen uns morgen oder heute noch mal, keine Ahnung Wenn ich noch mal Zeit habe Ich kann am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag nicht streamen Und halt die ganze Zeit, wo ich in den USA bin, kann ich auch schlecht streamen Deswegen stellt euch da doch schon mal ein Alles klar, dann hab ich noch einen schönen Tag Wir sehen uns ja Du